hallo und willkommen zurück bei green hell so und bevor wir jetzt irgendwas machen hören wir natürlich auf frieda fake und gehen erstmal speichern das haben wir nämlich schon länger nicht mehr gemacht das dauert immer so lange die steinfalle wieder aufzurichten furchtbar hier vorne werde ich auch nicht die bäume fällen ich werde gucken dass ich da hinten noch ein paar bäume weg hole den baum stumpf die hole nicht weg weil hier wachsen immer gute pilze drauf und ja ich weiß neben mir war allerdings die blume nehmen wir nicht mit die gibt nur eine infusion die unbekannte frucht würden wir aber mitnehmen wobei ich nenne die mal namen geben das ist die info blume nur noch aufpassen wenn ich hier runter gehe guck mal das ist die wir haben hier noch lecker frucht kann ich die eigentlich auch sammeln für samen oh ja nice so haben wir hier einen baum den wir fällen können hier ist noch einer so haben wir noch ein bisschen nicht mehr daraufhenden wir nicht mehr weil wir schauen wir uns auf den Weg nach unten Glaub ich jemals die Äste wieder finde Ich glaube schon, dass wir auch die Großen hier fällen können Gehe ich eigentlich schon von aus Wo ist der andere große stock hingefallen hier runter aufpassen damit finde ich wieder in jaguar laufen ich hab's auch noch nicht geschafft den zu killen wir haben zwar jetzt rüstung das heißt aber nix und wenn wir noch mal schön fleisch was wir holen könnten ich will jetzt gerade aber nicht zu weit darunter gehen aber dass wir mit diesen bunten blumen aber auch nichts anfangen können so jetzt brauchen wir noch lange Äste erst mal das ist gut wenn ich den zerlege kommt bestimmt auch irgendwas da raus verdammt wo waren das jetzt irgendwo hier muss noch ein großer stock rumlegen hm naja warum musstest du in die richtung fallen hm 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 Oh, ich muss auch nochmal untersuchen, sehe ich gerade. Fängt da einfach auf ein Seil drauf. Okay, das schaffe ich von unten nicht. Okay, wir müssen noch ein paar Bäume fällen. Ich meine, wir haben ja eh nur das Fundament. Da kommt ja noch Wände und alles. Ich habe keine Seile mehr. Also schon, mein Lager ist ja voll. Aber irgendwie, auch wenn mein Lager voll ist, will ich aus dem Lager nichts nehmen. So, ja, die Frage ist immer noch, wie komme ich da hoch, ne? So, ja. Okay. 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 Kann ich dann vielleicht draufspringen bis ich einen richtigen Eingang habe Einfach mal probieren Ich brauche aber auch Fett Jetzt muss ich nochmal einen Wasserschwein erlegen Ich nehme auch Schlange Ich habe eigentlich gedacht, dass das hier das Ding was auch immer das war, dass sich das wieder einrollt und ich dann easy nähen kann So, wir gehen lieber mal wieder Ist mir zu unsicher Aber die Samen kann ich einpflanzen Zack Ich hätte eine Frucht da reintun können Egal Jetzt ist da Schlange drin Schon mal vorbereitet Fett haben wir immer noch nicht Jetzt haben wir auch Fett Komm, die holen wir auch da runter Diesmal aber bitte treffen Kann ich morgen erstmal trinken? Dann kann ich auch das Fett zu mir nehmen Dann können wir hier nochmal einen großen Hey, die Maus ist doch voll in die Falle da hier laufen Hier, den hier holen wir noch Echt, echt vier Ich habe gedacht, ja okay, vielleicht drei Weil der eine müsste halbiert werden Aber ne, auch vier Gibt es ja nicht Killer Maus im Camp So, die verfrachten schon mal nach hier Dann müssen wir noch einen Baum fällen Und danach geht es wieder von vorne los Dann geht es wieder richtig ab Hat ja tatsächlich geklappt mit der Maus Eines reingelaufen Schön in den Garten rein So muss das Nur weil Dafür ist der Garten da Wo kommst du die Spinne hier? Ich habe eben keine Spinne hier gesehen Nur diese Assi-Spinnen Ich habe ja keine Seile Aber die Seilproduktion direkt nebenan Ich weiß nicht, ob ich diese Pflanze hier weghole Nervt nämlich irgendwie So Kann ich hier noch einen runtersetzen? Ne, ne? Damit hätten wir die Rahmen gebaut Jetzt kommen wir zu den Böden Moment, wir haben ja hier eine Leiter Also ich mache hier oben Kann ich das hier oben Wie unten würde jetzt funktionieren oder was? Vielleicht muss ich hier erst mal Ein Fundament machen Moment Okay So Oh warte, wir können das auch aus Lehm machen Das hier konnten wir nur aus Bambus So einen schönen Lehmboden Ich würde sagen Wir bauen ein Lehmhaus, oder? Sonst muss ich hier wieder eine Milliarden Sachen holen Ich glaube, Lehm ist für mich einfacher herzustellen Und ich habe gerade gemerkt Warte, hört sich das an wie ein Knurren? Ist das ein Knurren? Ein Knurren? Äh, ein Moment mal So, das sind aber sehr viele Lehmziegel Just saying Na ja, das Fundament Äh, Fundament ging ja nicht aus Lehm Ich habe sonst auch aus Lehm gebaut Sekunde Wir haben doch jetzt hier Blätterdach brauchen wir noch nicht Dafür brauchen wir jetzt mal den Boden Aber wir hatten doch diese eine Wand Hier Eine Lehmkaminwand Kann ich Achso, die Wände kann ich noch nicht Erst wenn ich hier oben durch bin Ja gut, das heißt Wir müssen jetzt ganz viel Lehm machen Und das hier bauen wir Tatsächlich auch erst fertig Wenn es soweit ist Also Lehmziegelchen Kann ich davon eigentlich mehrere tragen? Ne Das wird auf jeden Fall etwas länger dauern Gut, wir müssen halt sehr viel hin und her laufen Und ich muss auf jeden Fall mehr Asche produzieren Das heißt, ich nehme mal ganz viele Stöcke mit Damit wir mehr Asche Beziehungsweise Kohle Reduzieren können Ich weiß nicht, ob ich es nochmal runter bis zum Lehm schaffe Mit der wenig Energie Ich bleibe vielleicht besser oben und sammle hier nochmal ein paar Stöcke ein Noch nicht Die Das heißt, ich nehme mal ganz viel hin und werdePA Sacke mit der Papa Das heißt, ich nehme mal ganz viele Stöcke Ich nehme mal ganz viel hin und lebe Ich nehme mal ganz viel hin und bitte sehr schöner wenn ich mit einem schlag die dalle reihen machen könnte so jetzt gehen wir schlafen so eine fischsuppe trinken trinken sammeln sammeln essen kann ich die noch mal sammeln ja was passiert da mit dem essen nicht habe ich eine kokosnuss das probieren wir aus heißt wir machen erst mal feuer machen das jetzt auch tatsächlich so lang es regnet hierhin und den lassen wir auch durchbrennen bis es regnet natürlich so kann ich hier eine kokosnusschale immer noch nicht nicht genug fett Fett? Nee, Holz. Banane. Ja. 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 jetzt wäre da irgendwas am kochen da ist die gesundheit ist eigentlich voll wir müssen auch auf den nächsten regen warten so die fleischsuppe ist noch fertig so lagerfeuer asche hallo dann machen wir es so da warten wir auf den regen da drehst du dich einmal um zack sind hier spinnen reingekrabbelt jetzt regnet es natürlich nicht sollen wir noch so ein teil bauen während wir auf dem regen warten aber die brauchen noch relativ viel holz ne so der leben mischer acht holzscheitel naja da muss ich nicht selber mit wasser befüllen und wir warten um regen könnte sich lohnen komm geh weg wir haben dich zerlegt auf jeden fall muss ich jetzt wieder bäume fällen ah hier die super frucht namen geben suppen frucht und damit würde ich sagen war es das für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann ciao 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 Vielen Dank.